Im Jahr 2020 wird eine Rakete ein neues Erkundungsfahrzeug auf den Mars befördern, um den Untergrund auf Spuren von Bioorganismen zu untersuchen. Dieser sogenannte Mars-2020-Rover wird den Mars erstmalig auch mithilfe von Georadar untersuchen. Radarwellen sind hochfrequente elektromagnetische Wellen, die im Untergrund ähnlich wie seismische Wellen an Schichtgrenzen der Gesteine reflektiert oder gebrochen werden. Auf dem Mars möchte man so herausfinden, ob sich unter den Oberflächengesteinen Schichten befinden, die signifikante Mengen an Eis oder Wasser enthalten bzw. aufgrund ihrer Porosität enthalten konnten. In diesen Schichten könnten biologische Organismen existieren oder existiert haben. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich Ihnen die geophysikalische Anwendung des Geo- oder Bodenradars vor. Auf Englisch sagt man Ground Penetrating Radar oder kurz GPR. Neben den elektrodynamischen Grundlagen lernen Sie die Funktion der Messantennen kennen und wie mit diesen Georadarmessungen durchgeführt werden. Ich erkläre Ihnen dabei die verschiedenen Mess- und Beobachtungsgrößen und mit welcher Auflösung und bis in welche Tiefe damit Gesteinsschichten untersucht werden können. Anhand eines Beispiels werden Sie sehen, wie letztlich Radarmessungen auf dem Mars und auf der Erde ausgewertet werden. Grundlegend für die Beschreibung elektromagnetischer Wellen, dazu gehören die Radarwellen, sind die Maxwell-Gleichungen und die zugehörigen Materialgleichungen. Letztere lauten für das Magnetfeld Magnetische Flussdichte B gleich Magnetische Permeabilität µ mal Magnetische Feldstärke H. Für das elektrische Feld entsprechend Elektrische Flussdichte D gleich Permittivität Epsilon mal Elektrische Feldstärke E. Die Permittivität wird auch als die elektrische Leitfähigkeit bezeichnet. Dazu noch das ohmsche Gesetz. Stromdichte J gleich Leitfähigkeit Sigma mal Feldstärke E. Aus den Materialgleichungen geht hervor, dass die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen durch die Materialeigenschaften µ, Epsilon und Sigma bestimmt werden. Die Permittivität und die Leitfähigkeit bestimmen dabei hauptsächlich die Reflektionseigenschaften des Untergrunds und damit den Kontrast zwischen Untergrundschichten, an denen Reflektion stattfindet. Die Maxwell-Gleichungen hier zu erklären, würde zu weit führen, aber vereinfacht gesagt rücken sie die Abhängigkeiten zwischen elektrischen und magnetischen Feldgrößen sowie deren Zusammenhang mit elektrischem Strom und Ladungsträgern aus. Sie beschreiben, wie sich eine Veränderung des elektrischen oder magnetischen Felds auf das jeweils andere auswirkt. Sie sind die Grundlage für die Entstehung elektromagnetischer Wellen und aus ihnen lassen sich die elektromagnetischen Wellengleichungen ableiten. Sowohl für die elektrische als auch die magnetische Feldstärke E bzw. H gilt die Wellengleichung im ladungsfreien Raum. Daraus kann man die Ausbreitungsgeschwindigkeit V der elektromagnetischen Wellen berechnen. Für Frequenzen größer als etwa 10 MHz ist V gleich 1 durch Wurzel aus Epsilon mal µ. Sie kann mit Hilfe von Wellenlaufzeiten berechnet werden. Zusammen mit den Amplituden der Radarwellen sind sie die Messgrößen des Georadars. Für die meisten geologischen Materialien ist die magnetische Permeabilität µ-konstant und gleich der magnetischen Feldkonstante µ-null. Typische Geschwindigkeiten der Radarwellen reichen von 6 cm pro Nanosekunde in wassergesättigtem Sand und Ton bis 15 cm pro Nanosekunde in trockenem Sand oder Granit. Im Vakuum werden beide materialabhängigen Werte µ- und Epsilon durch die magnetische und elektrische Feldkonstante µ-null und Epsilon-null ersetzt. Die Ausbreitung erfolgt damit Lichtgeschwindigkeit c. Die Ausbreitungswege elektromagnetischer Wellen im Untergrund haben Ähnlichkeiten zu jenen seismischer Wellen. Wie in der Seismik kann man mit Hilfe von Reflexionen Schichtgrenzen aufsuchen und die Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit erlaubt Rückschlüsse auf andere Materialeigenschaften. Es gibt allerdings auch Unterschiede in den Laufwegen, die ich Ihnen jetzt zeige. Hier sehen Sie die typischen Laufwege von Radarwellen im Falle einer Schicht über dem Halbraum und daneben das zugehörige Laufzeitdiagramm. Die direkte Bodenwelle und die reflektierte Welle kennen Sie aus der Seismik. Zudem existieren beim Georadar zusätzliche Laufwege, die in der Seismik nicht von Bedeutung sind. Zum einen die Luftwelle. Die Radarwellen breiten sich in Luft mit etwa 0,3 m pro Nanosekunde aus und sind damit schneller als die direkte Bodenwelle. In der Seismik wird sie auch Airblast genannt und tritt nur bei Explosionsquellen auf. Anders als beim Georadar ist sie typischerweise langsamer als die direkte P-Welle. Eine Besonderheit, die in der Seismik nicht auftritt, ist die sogenannte Lateralwelle. Sie ist eine an der Erdoberfläche refraktierte Welle. Analog zur Kopfwelle der Seismik breitet sie sich an der Schichtgrenze mit der höheren Wellengeschwindigkeit der Luft aus. Ein weiterer Unterschied zur Seismik ist auch die Art der Wellenausbreitung. Die Kopplung von elektrischen und magnetischen Feldvektoren beim Georadar findet in der Seismik keine Entsprechung. Andererseits gibt es beim Radar keine unterschiedlichen Wellentypen wie die der P-, S- und Oberflächenwellen in der Seismik. Auch die aktive Anregung der Wellen ist natürlich eine andere wie in der Seismik. Dazu wird beim Radar eine Antenne verwendet. Die Antenne strahlt fortlaufende elektromagnetische Impulse ab und wird dabei über die Erdoberfläche bewegt. Dafür gibt es verschiedene Bauweisen, bei denen sich die Antenne mehr oder weniger dicht über dem Boden befindet. Im Mars Rover ist die Radarantenne nur eines von vielen Messgeräten und hier im unteren Teil nahe des Bodens angebracht. Die Elektronik sitzt weiter oben. Radarantennen dienen oft sowohl zur Abstrahlung als auch zur Aufzeichnung der Radarwellen. Dazu muss die Taktrate der Impulse so gewählt werden, dass sich das ankommende Signal nicht mit dem gesendeten Signal überschneidet. Ein spezieller Generator erzeugt dafür kurze, energiereiche Impulse. Pro ausgesendetem Impuls empfängt man so genau einen aufgezeichneten Wellenzug. Typische Frequenzbereiche, die im Georadar genutzt werden, reichen von 10 MHz bis 2 GHz. Damit ergeben sich Wellenlängen von 10 m bis 5 cm. Das ist etwa die Größenordnung der räumlichen Auflösung von Radarwellen. Auch die Eindringtiefe hängt stark von der gewählten Frequenz und dem Untergrundmaterial ab. Sie liegt typischerweise im Bereich von 1 bis 10 m bei sehr niedrigen Frequenzen und kompaktem Gestein auch tiefer. Große Tiefen wie in der Seismik bleiben für Georadar wegen der vergleichsweise hohen Dämpfung verborgen. Die Radarwellen werden also im Untergrund an Schichtgrenzen oder Heterogenitäten reflektiert und die Laufzeiten an der Erdoberfläche gemessen. Ziel der Datenauswertung ist es nun, eine Aussage über Art, Größe und Lage der Untergrundstrukturen zu machen. Die aufgezeichneten Einzelspuren werden dazu zunächst nebeneinander über der Zeit aufgetragen. Man nennt das Radagramm. Bei Radarmessungen sind Sender und Empfänger für gewöhnlich in ein und derselben Antenne lokalisiert und somit ist der Abstand dazwischen konstant und klein. Ein Radagramm entspricht daher einer seismischen Zeitsektion in Zero-Offset-Geometrie und viele seismische Auswerteverfahren können auch auf Radardaten angewendet werden. Die in der seismik üblichen Pre-Processing-Schritte fallen jedoch weg, da die Zero-Offset-Geometrie beim Radar direkt vorliegt und nicht erst durch Moveout-Korrektur und Stapelung simuliert werden muss. Die Messungen auf dem Mars liegen leider noch nicht vor. Deshalb zeige ich Ihnen ein Beispiel aus der Ingenieurgeophysik. Sie sehen zunächst die Zeitsektion einer Messung, die auf einer asphaltierten Straße aufgezeichnet wurde. In Rot und Blau sehen Sie positive und negative Amplituden der Wellenformen dargestellt. Deutlich kann man offensichtlich horizontale Reflektoren erkennen, die mal stärker und mal schwächer auftreten. Daneben bilden sich deutlich sogenannte Diffraktionshyperbeln heraus, die, wie in der Seismik, auf punktförmige Reflektoren im Untergrund hinweisen. Unterzieht man diese Sektionen nun einer Migration, ergibt sich dieses Abbild des Untergrunds. Die Hyperbeln sind jetzt als Punkte in etwa einem Meter Tiefe zu sehen. In diesem urbanen Gelände sind punktförmige Reflektoren meist Querschnitte von Leitungen oder Rohren. Solche Untersuchungen sind bei der Vorbereitung von Bauarbeiten von großer Bedeutung. Mithilfe des Georadars lässt sich Baugelände schnell und damit kostengünstig vorerkunden. Dabei können neben metallischen Gegenständen auch alte Fundamente geortet werden. Mit einer ähnlichen Zielsetzung wird Georadar neben der Baugrunderkundung vermehrt in der Archäologie oder Altlastenerkundung eingesetzt, der hier mit großflächigen Messungen anthropogene Gegenstände und Strukturen im Untergrund erkennbar gemacht werden können. Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld ist die Detektion von wasserführenden Schichten. So ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Radarwellen in wassergesättigtem Gestein um bis zu 50 Prozent gegenüber Trockenem reduziert. Georadar ist zum Beispiel auch beim Hochwasserschutz zur Untersuchung von Deichen und Dämmen sowie zur Kontrolle von Abdichtungssystemen von Deponien wichtig. Oder eben auf dem Mars, um herauszufinden, ob dort im Untergrund Wasser enthalten ist. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie mithilfe elektromagnetischer Radarwellen der Untergrund erkundet werden kann. Ähnlich seismischen Wellen dringen Radarwellen in den Untergrund ein und werden an Schichtgrenzen reflektiert. Dabei werden die Radarwellen von Antennen ausgesendet, die gleichzeitig auch als Empfänger dienen. Die Daten liegen damit direkt in einer Zero-Offset-Konfiguration vor, sodass die Laufzeiten meist ohne aufwändiges Processing ausgewertet werden können. Radar ist sensitiv für die Materialeigenschaften der Permittivität, der elektrischen Leitfähigkeit und der magnetischen Permeabilität und ist damit besonders geeignet, um metallische und nichtmetallische Einzelobjekte zu orten sowie Schichtgrenzen zu detektieren. Georadar findet seinen Einsatz bei Baugrunderkundungen und beim Hochwasserschutz sowie in der Archäologie oder auch auf dem Mars, um potenziell wasserhaltige Schichten zu identifizieren. 2007 2017 . 2012 2013 2012 2016 2016 . 2018 Untertitelung. BR 2018